Dienstagmittag ist in Ebersbach auf der Rumburger Straße während der Fahrt ein Pkw in Brand geraten. Ursache war offenbar ein technischer Defekt an dem Renault. Ausgerückt war ein Großaufgebot der Feuerwehr Ebersbach-Neugiersdorf mit 20 Kameraden und 12 Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Wenig später, am Nachmittag, hat dann an der Blumenstraße in Neugiersdorf ein Dachstuhl gebrannt. Anfangs wurde nur eine Rauchentwicklung festgestellt. Kurz darauf entflammte eines von zwei Solarmodulen. Auch hier löschte die Feuerwehr Ebersbach-Neugiersdorf und war mit 41 Kameraden sowie 11 Fahrzeugen im Einsatz. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Vermutlich war auch hier ein technischer Defekt die Ursache. Es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.